Ja, wir sind bloß, wir sind noch ein bisschen bloß, das ist so absolut. Ja, absolut, mit Relativen, Relativen, Fremschen, ja, Freizeit, Zettel. Und die Kussgebühr ist auch schon blöd, und doch immer die Jungs, das macht keinen Glück. Ja, Kemi, ich sag Au! 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 Ja, Kemi! Sagt alles, was auf der Welt ist, hat die Tendenz, so eine Ziel zu schreiben und was sagst du? A.E.O.